Geklappt Ja, aber jetzt stützt es ganz nicht ab Er ist wieder abgestürzt Weiß aber nicht, warum das liegt Meine Zunge brennt wegen den Schafeln Wow, 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 wow Da hätte ich aber auch voll Bock drauf Soll ich die eine Seite der Mauer wegnehmen, damit wir weitermachen können? Ne, erstmal einmal komplett herumbauen Ist wahrscheinlich wieder abgestürzt Und danach darfst du die dann, äh, äh Ne, warte mal, äh Wer habe ich denn das jetzt? Na, ist doch zum Kotzen, mein Gott Hat die mir gerade ins Ohr gestöhnt? Ich glaube, ja Ne Die kam jetzt gerade einfach Ne Ich dachte gerade, was zum... Oh Gott Ja, mit mir rum Ich glaube, da läuft was Alter, was ist denn hier so laut und klingt wie ein Wal Wie ein Wal Wie ein Wal Ja, das klingt voll komisch Kannst du das, als du mein Song hörst, wie diese Seilbahnrutsche? Nein, du klingst doch nicht wie ein Wal, du Wal Was Scheißt du denn so? Die erschrecken mich Wieso? Du kannst außen Eis platzieren Ja, aber ich bin mir nicht sicher, wenn wir das jetzt platzieren, dass es danach einbricht, weißt du? Was für ein Scheiß-Scheiß-Problem hat dieses Scheiß-Ding Meine... meine Zunge brennt, aber ist es dann so feurig, oder was? Ich hab nur... äh äh äh... was? Ich hab nix gesehen Nein, nein Ihr habt nix gesehen Gerne Alles klar, ich mach mir ein Schüsschen, ihr net Alter, was klingt denn wie Flipper, oder so, halt? Was ist denn hier los? Ai, 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 ai Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil Alter, was macht Calvin? Der haut die Bäume ab Was denn sonst? Schön Ich frag mich, warum die Bäume überhaupt noch stehen Die nehmen ja eh die Sicht weg auf die ganzen... ...Motanten Wer war das jetzt schon wieder? Geld Kann man nicht die Bäume mit... Dinger, was ist das? Wurde ich vom Baum geschlagen Ich hab grad versucht, ähm, Bäume zu fällen mit einer Bombe, aber das geht nicht Scheiße Äh, du musst die richtig treffen Ich find irgendwie schade, dass es keine Kettensäge mehr gibt Hä, die gibt's? Hä? Die gibt's, ihr musst einen Bunker finden irgendwo, oder glaub ich irgendwie so Ja Habt ihr die? Nein Nein, leider noch nicht Wir haben nur die Feuerwerks und so Sollen wir die mal suchen, ne? Ja, aber solange jetzt wie Winter ist halt, was wird, was, was? Das ist schön, ein Smetterling, oh, wie fein, oh, wie toll Maschalas, Bruder Ich würde nicht... Ach, du... Erschreckt Äh, Henker, kannst du mir mal kurz bitte aufhelfen? Dankeschön Danke Danke So, ouch Oh, scheiße Ah, jetzt geht's! Oh, 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 okay Ähm Dankeschön für eure Liebe Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön Ich liebe euch auch Von ganzem Herzen Ach, echt? Ja Äh, nein, ich bin Weil du nicht geliebt wirst halt, weil's mich mein, das ist ja nicht mein Problem Nö Ah, es packt einfach alles von mir, ist wie verarscht Das heißt hier, Schneiderrechnung übelst auf Doch, das wird aufgegangen Wir müssen mal die ganzen Körperteile mal aufheben und so halt wasch Kann man die nicht wieder alle aufheben? Und wieso kann ich jetzt das nicht beenden? Sollen wir die Leiche verbrennen? Nein, wir brauchen Essen Ich hab'n Vogel erschossen Ich hab'n Vogel erschossen Du sollst dich die Vögel erschießen Doch, man soll die Vögel erschießen, das tut gut Mann, 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 hier ist was los, alter Sau Vögel abschießen Oh, es hat einen erwischt, einer ist in die Falle gelaufen Boah, jetzt weiß ich woran das mich erinnert, Vögel abzuschießen Boah Hops, lass mal nur für den Louis spielen Und wer? Weil dieses Hühnerspiel, wenn man die Vögel abschießen muss Nein Ist doch zum Kotzen nicht Nicht Oh, immer welches Oh, hol mal Au, ist die die Vorliege kaputt Immer noch? Oder er ist wieder weg Nee, es geht nicht So Jetzt rennst du mir genau in den Baum Die Baumstämme bitte nicht um, halt Dieser Bildschirm drehen geht hier leider nicht Oh, wieso Geht die Die Framme immer so runter Warte mal, ich schau' mal nach Weil, wie gesagt, es kam ein neues Update jetzt zu den Game Na, es kam ein neues Update Und, äh, ja Es kam ein neues Update zu Kopfgeld Und, äh, ja Das ist, äh, nicht so einfach jetzt, weißt du So, warte mal Warum kann man die Baumstämme ja ab jetzt nicht mehr bearbeiten, ne? Was, was, was? Ich kann die Baumstämme, wenn die daneben stehen, nicht mehr bearbeiten, ne? Maus, nein, das war das Lecker Ja, ach Appetit, dieser Sound Willst du selber mal hören, Hopps? Was, nein, ich habe keinen Bedarf Dazu geht's gar nicht Wo war denn das mit dem Bildschirm drin? Das ist das Horror Das ist dann das hier, oder? Ah Ey, der hier ist das, der muss ich unbedingt erschießen Ne, weil das, äh, das ist nicht mit eingebunden Das wird nicht mit aufgelistet Also, es ist mit in der Liste drin, aber es wird nicht aufgelistet Okay Auch gut zu wissen Warum wird das hier mit drin, warum wird das hier im Prinzip mit, warum wird das hier im Prinzip halt Äh, 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 Prey Lodge Skill fehlt, genau Das geht hier nicht bei dem hier Okay Scheiß hier Macht gar keinen Sinn, aber ist, ist okay, gut Äh, weiß ich Bescheid Weiß ich Bescheid, oder? Ach, wieso ist das denn nicht belastet? Was ist denn der Scheiß? Das macht gar keinen Sinn Das macht überhaupt keinen Sinn So, alles aus Und Schokolade und das Grille So, ich geb dir das mal wieder Ich hab jetzt komplette Grafik runtergestellt Hartmann Dance, Hartmann Dance, das war ja das gerade So, okay, also Ich muss jetzt noch mal kurz gucken Und, äh, das mit dem Bildschirm drehen, das mach ich mal aus, weil es nicht geht Kann man eigentlich hier drinnen Feuer platzieren? Weiß ich nicht Können wir gerne, können wir gerne rausfinden Doch, müssen wir, also im Gebäude schon, ne? Das fragst du ja, ne? Mhm Ja, muss gehen Also, das geht definitiv Ah, okay, gut Während wem das irgendwie Ich hab auch das noch an drin Mit Steine Bis jetzt, bleibt's stabil Na, wie lange halt? Mit keine Steine Okay, ich kann's nicht ausmachen Auch interessant Ich muss bloß wissen, ob da wieder nachlädt oder stabil flüssig läuft Das muss ich bloß wissen Boah, dieser Winter, der nervt ja Ich will ja nur Steine, aber ich find hier keine Steine mehr Ja, das ist mir was ganz Neues, halt, äh Deswegen, deswegen find ich, äh, am Wochenende zu streamen, einfach zum Kotzen Ich würd's einfach nix machen Ich würd's einfach nix machen Alles andere geht Wann ist das noch mal vorbei? Aber das mit dem Bildschirmdrehen geht nicht Ja, ich weiß leider nicht, warum das liegt Hm? Ja, ständig mein Internet abstürzt Ich, ich, ich kann's dir nicht sagen Ich kann's dir auch nicht beantworten Ach, das Holz weg Ist das ne Kacke Ich mein, wenn ich's wieder abstürzt, hab ich keinen Bock mehr Hm Nein, das würde ich nix Ja, ich hab's nicht in den Zaun bekommen Bei Montagen, hab ich sieben Stunden funktioniert Dienstag um sieben Stunden funktioniert Am Mittwoch, fast sieben Stunden funktioniert Ja, nein, ich stachel den Zaun nochmal Ich baue ich denn ne Treppe Ja, genau so wie du jetzt gemacht hast Ja, das reicht Hm Anders geht's ja nicht Boah, da läuft die Triller da durch, natürlich Dann baust du noch hier unten, da unten irgendwie noch nen Baumstamm hin Es wäre ja nur ne Treppe So Nein Na, du baust unten noch nen Baumstamm Und da noch ne Schräge, da ist ne Treppe N Aufgang Wie ne Treppe, wie, wo, was, wo, wann, hä? Eine, 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 eine richtige Treppe, eine richtige Treppe kannst du nicht bauen Kannst du nur so nen Aufgang bauen Das wird nur ne, das wird dann ne Rambe Ja, anders, anders geht's nicht Mal abreißen, warte mal Das ist ja voll verwirrend gerade alles, alter Sau Tschüss Ich hör mich im Schnee los Oder willst du das so bauen? Ich weißt du, oder was ist das? Ich wollt ne Treppe bauen eigentlich halt Dass die, die Dinger sich dann auch rein drehen Ohhhh, so viel Scheiße Also, ich muss hier Theoretisch halt, müsste das ja gehen Dann musst du nen Ding schauen, in nen Buch Rambe plus Auto, kaputtes, äh, Auto am Ende Was? Du musst in nen Buch schauen, wie es geht Welch gibt's da? Rampen Da könnte jetzt vielleicht noch einer reinpassen, wenn man jetzt Glück hat Alter, auf... Boah, Kevin, verpiss dich von Moritz Auf, auf Grafik komplett niedrig, da ist der, 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 der überhaupt gar nix Jetzt, jetzt müsste es rein theoretisch so gehen Ahhhh, du musst das drehen Guck mal Jetzt, jetzt haben wir ne Treppe Äh, wie komm ich, wie komm ich eigentlich nochmal aus dem Ding raus? Was ist das? Aus dem, aus dem Buch Du musst mit rechter Mausklaster, äh, einfach bloß wieder mit M M wieder drauf drücken, äh ne Quatsch, äh mit Ja, mit M geht auch, mit M geht auch Ja Ah, okay, Auto, äh, und dann das Holz drehen Okay, cool, danke Wenn du über eine große Rampe springst, mit Auto, äh, schlägst Äh, die mit Auto auf dem Boden, auf dem Weg, äh, psychische, äh, Schwerkraft, also Teile Vom Auto kaputt, äh, kaputt, okay Okay, okay, hm Hm Okay, okay, okay So, das reicht, das reicht, weil hier wollte ich eigentlich so Stöcke und bla 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 Und wo soll die Tür hin? Das bauen wir jetzt noch Na hier, einfach hier Also zwei Türen aus? Ne, eine, eine Tür, nur hier Mach so Ja, ja, das hier sollte eigentlich, das war ja nur, äh, war ja nur ein Test, weißt du Hm Hm, hm Was, warum hab ich jetzt auf einmal Es ist so gut, dass Son of the Forest jetzt Hotkeys hat Ja Son of the Forest hat jetzt nen Hotkey Äh? Wie kann ich denn jetzt hier? Nerven die Fallen Aber was komisch ist, ich hab jetzt meine Grafik komplett runtergestellt und nicht funktioniert Ich kann in der Falle sterben Dieser Drexler gar nicht so, ne? Nichter Drexler Naja, Calvin glaubt mir mein Holz Ähm, soll ich Calvin einfach mal drauf einstellen, dass der die Gegend abholzen soll? Ja, mach mal bitte Ich mach ihn grad schon Oder machst du? Ne, mach ruhig So So, dann können wir nämlich dann, was macht denn der Katze überhaupt, wo ist denn der überhaupt? Weiß ich doch nicht Ich bin auch hier Oh, okay Wenn man dann nämlich halt erstmal ein Haus haben, weiß der, ein schönes Haus Ne, besser schön gemacht, bla 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 Autsch Äh, ja So, wie kann man denn Ich will das, äh, ich will, dass wir hier eine Tür reinbauen Äh, hello Eine Frage, wie habt ihr eigentlich die Stacheln in den Zaun bekommen, also in die Mauer? Ja, du tust dir, du musst dann im Prinzip halt, das kann ich dir dann gleich zeigen Mhm Das ist Bug-Using Nein, das ist kein Bug-Using Warum lassen sich die, äh, äh, Stämme manchmal nicht bearbeiten, ne? Lass es sich doch bearbeiten, du musst sie, äh, 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 du musst das einfach nur weiterziehen, du musst da, äh, 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 um eine, äh, um eine Mauer mit diesen Spitzen musst du komplett durchziehen, dass es eine Mauer wird, sonst funktioniert das nicht Boah, ich hoffe so hart, dass es gleich wieder Sommer ist, ne? Das ist so nervig, der Winter Ja, na, wir können ja jetzt schlafen gehen zweimal und dann, äh, sollte das eigentlich keinen mehr interessieren, weißt? Ja, okay Ne, man kann nicht schlafen gehen Was kann man machen, wenn man momentan einen Schlafmangel hat? Ich kann nicht schlafen gehen Okay Hey Was kann man nicht machen, wenn man momentan einen Schlafmangel hat? Tja, was, Schlafmangel? Ja, dann musst du dann, musst du dann schlafen gehen Ja, aber momentan kann man ja nicht schlafen Nö, 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 nö Ach, wir müssen halt irgendwie, wir müssen irgendwie, oh, shit, jetzt hat sich wieder das Auge krabbelt, weißt du? Oh So, ich hab gegessen, äh, ich hab was getrunken Wie können wir denn überhaupt Wasser machen? Gar nicht, ne, mit dem Schnee, oder? Nein, gar nicht Gut, dann wird das wahrscheinlich dann auch irgendwann mal dazu kommen Wer rennt denn mir jetzt grad in die Axt? Eine verschissene halbe Stunde zum Wegwerfen, nicht Was? Hm? Was, eine Stunde zu werden? Ja, weil es wieder abgestürzt ist Hier Warum? Ach egal Aber heute will ich, will nämlich mein Internet einfach nur verarschen Dreh, was mit dem Baum? Dreh, was hast du denn eh gemacht? Ich wollte den Baum, zeig gleich mit dir Was hat der Baum sich gedacht? Gibt's Traps denn da? Ey, mischt das da nochmal? Was denn? Was macht denn ihr? Ey, komm mal zu uns, wenn du es sehen willst! Warte! Dieser Baumstamm! Und? Verrückt! Dieser Baumstamm hat keinen Bock mehr auf die Welt! Jetzt ist er weg! Ja! Aber dieser Baumstamm hat ja vor... Ey! Hier euch! Ich hab so oder so schon ein niedriges Pape. Der hat schon wieder grad keinen Bock drauf, weißt du? Deswegen... Was hab ich... Was? Warum hab ich's verdient, dass ein Baum auf meinen Kopf fällt? Real Talk! Was hab ich... Baum! Baum! Baum auf den Kopf! Ich steh da neben! Schön, schön. Sehr interessant. Hero war's! Hero war's! Ich war's nicht! Ich war's nicht! Nein, gar nicht! Nö, ich bin bloß am Baum abpacken! Ja, genau! Das Ding ist gerade ein Baum auf uns drauf gefallen! Das hab ich jetzt nicht gesehen! Ey, wenn der hängt auf der anderen Seite der Insel ab! Ich hol den mal! Da ist ein Strich, ne? Mit dem Strich kannst du das gerade bauen! So, ja! Wenn der genauer ein Strich ist halt, ne? So ein Dings, ne? Dann ist das eigentlich genau richtig! Und dann könnt ihr nämlich dann hier euer Gebäude mit Calvin und mit Dings, äh, 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 könnt ihr dann bauen, äh, äh, könnt ihr dann auch, äh, äh, ja, was anderes bauen oder sowas halt, weißt du? Weißt du? Aber Hauptsache wir sind dann erstmal Safety, weißt du? Äh, hops! Spiel mal auf der niedrigsten Einstellung! Dann sieht das alles als scheiße aus! Das sieht alles richtig matschig aus! Man kann Calvin ja Sachen bauen lassen, oder? Bitte was? Man kann Calvin ja Sachen bauen lassen! Was will man den Steine bauen? Ja, natürlich, natürlich! Aber wenn du jetzt das schön bauen willst, ne? So coole Sachen oder irgendwas hat, das geht dann natürlich nicht! Ja, aber ich frag mich grad, weil ich hab Calvin, ich hab jetzt einfach mal einen Jagdunterstand aufgestellt! Weil wenn der ihn jetzt fertig macht, wo sind denn die Steine mal mutternecke? Und die macht der, das macht der einfach, der holt dann einfach! Weil zum Beispiel Steine... Dann ist der, dann ist der, der ist dann relativ, dem ist das scheißegal! Obwohl, guck, probier mal ob der Fische habe holen! Baum fällt auf, Vorsicht, Baum fällt! Fische? Boah! Was the fuck? Ich hab doch gesagt, Vorsicht, Baum fällt! Ja, ich bin ja schon weg, aber ich hab ja trotzdem den Baum abgekriegt, was ist denn mit euch? Wie? Ja, schlagen, Mensch, Leute! Ich hab nichts getan! Ich... Der kann kein... Kann keine Fische holen! Nein! Im Winter nicht! Also, wer? Ich hab gedacht, das wäre vielleicht noch ein Glitch oder ein Problem, was noch nicht bewogen worden ist, aber... Schade! Das Ding ist halt, ich renne hier die ganze Zeit mit sowas von Dorast rum, aber das Spiel juckt's nicht! Äh, weil es noch keine, äh, Schadenfunktion gibt! Ich bin auch froh, äh... Noch, noch nicht, noch nicht! Ich hab die Falle kaputt gemacht! Aber, so wie ich es jetzt gelesen hatte, einige hatten sich ja gewünscht gehabt, äh, ich soll... Weil dein Essen kann leer, dein Essen kann leerlaufen, dein Trinken kann leerlaufen, es passiert gar nichts! Ja, genau! Außer deiner... Außer, dass du dann Asthmatiker wirst halt, aber das ist dann, ja... Sandskos ist, wenn ich auch... Sandskos ist, wenn ich ausdauere! Sandskos ist, wenn ich ausdauere! Ich habe... Ich hab ne Falle kaputt gemacht! Die Falle ist aktiv! Ich stehe ja auf der Falle drauf, die löst nicht aus! Wo bist du denn? Hä? Schießt's auf, bist du doof? Und jetzt können wir hier die Baumstämme hier mit nutzen! Lebt der noch? Äh, ich glaube nicht mehr! So langt dein Kopf bis ab! Nee, jetzt definitiv nicht mehr! Jetzt lebt das 100% nicht mehr! Ich wollte die ganze Zeit einen Brand setzen! Wenn einer kommt, ist der dann schon tot! Toll! Das ist einfach nur Frust! Ah, das ist komisch! Vor ner halben Stunde ist mein Internet abgestürzt! Und jetzt läuft's flüssig! Bei mir auch! Wo es grad ein bisschen matschig war! Ich hab's grad... Was ist eigentlich jetzt mit der Ausrüstung? Aber du streamst nicht, oder Katze? Wollen wir mal warten, oder wann holen wir die? Hm? Du streamst aber nicht, oder? Nein! Ich stream nicht! Ja, also... ich schon! Achso, du streamst auch da wär'n Ball! Hm! Ja, der hat aber... der hat... weißt du, der hat aber an dem PC, weißt du, von 1900 Zwieback, ne? Ich ne! Und, äh, 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 und deswegen geht nix mehr! Ich weiß nicht, du! Wie kann man beugen? Ups, mein PC übersteigt einen! Dann ist der brutal so! Ja, ja, holo! Ja, die hat mir geschenkt, Siro! Hm? Für weh, ey! Jetzt für irgendein geschenkt! Jetzt hat die das um den Boden geschmissen! Echt, du? War an... Baby! Baby! Wer schießt denn hier wieder mit ner Klache? Äh, warum sind hier Babys unterwegs? Und frage ich mich auch! Äh, weil's... Normalerweise... Weil's der Angriff ist von... von denen! Was hast du denn? Gibt's hier irgendwelche Mutanten oder so, die Kacke Babys ausscheißen? Es gab doch immer welche! Oh, die... Gelegt! Äh, das ist Muschiklaus, glaub ich, gewesen! Sie liegt schon wieder! Alter auf, Alter! Jetzt schießt sie auch schon! Bam! Ich hab keiner in den Brand gesetzt! Okay, äh... Oh, das ist falsch, Baby! Oh, super tot! Wie liegt du denn? Ne, ich bin fast tot, hab ich gesagt! Ich muss grad mich nicht ziehen können! Ich hab jetzt aber nichts mehr! Außer die eine jetzt nicht von... Warte mal! Ich muss ja mal! Erstmal hier... Die restlichen Sachen und so halt! Und dann kann ich dann euch zeigen, dass dann... Äh, hoffs! Holo nennt ich wahrscheinlich Mr. Brutalo! Bitte was? Holo nennt sich Mr. Brutalo! Warum Mr. Brutalo? Ja, weil die Mr. Brutalo geschrieben hat, bei mir! Mr. Brutalo? Ich bin voll handzahm! Ich bin... Ich bin voll be... Ich bin voll be... Äh, äh, äh... Oh Gott, da drehe ich mich um! Da steht hier rum mit in der Feuerwehrachse hinter mir und guckt mich so doof an! Ich mach aber nix! Ey, ich wollt schon sagen, gleich steckst du so zu oder so... Ist doch Brutalo! Weiß ich nicht! Ja, ich bin voll lieb! Ja, die hat nur geschrieben, ist doch Brutalo! Wo ich dich da zugeschaut hab! Weil er den Kopf ab... äh, abgehackt hat! Achso! Wär ich, oder was? Nein, aber... Ich glaub, die meinten nicht damit! Ich glaub, das wär ich! Drückt ihr deine Brille, äh, nicht? Äh, äh, mit dem, äh, Headset? Äh, äh, beim... Von mir erträgt das ist nach einer der Zeit total und muss... Die auszieht... Nein, gar nicht! Ich hab eigentlich... Nö, gar nicht! Es ist nur die Frage, ob's von mir flüssig läuft oder wieder abgestürzt ist. Ich dachte... Wenn's Holo gesehen hat, dann glaub's eigentlich flüssig! Ich dachte, wenn... Boah, zitter nicht so! Ich dachte... Zitter nicht so! Wie er einfach einpflanzen will, und dann... Dann zittert er die ganze Winge Kälte! Hehehehe! Äh, was zitter... Äh, was zitterst du so? Du... Zitter nicht! Zitter nicht! Ich hab gesagt, schon dir vor! Alles gut, danke, Holo! Ich hab grad ein bisschen schlechte Laune! Lass aber bitte nicht wieder an uns aus! Ich... Nö! Nö! Achso, ja, gut, ich weiß schon! Du lässt es dann an mir aus! Gut, ich versteh schon! Äh, Hobbs, du weißt, wieso ich das am Happy ausgelassen hab! Weil du weißt, was... Du weißt doch, was er gemacht hat! Oder was er gesagt hat! Was hat er denn gesagt? Du weißt nicht! Nö, er war richtig frech! Frech und unhöflich! Deswegen hab ich's am... Amina rausgelassen! Äh, du hast das letzte Mal... Du bist doch genauso bei mir hier rotzfresch und alles drum und dran! Das war nur Spaß! Geh dich an! Das war nur Spaß bei dir! Ja, genau, siehste! Und das war beim Happy dann auch Spaß! Wo muss man eigentlich die Wodkaflasche einsetzen, ne? Äh, steckst ein Tuch rein und dann nimmst du in der Hand, zündst es an und let's go! Zum Saufen ist es nicht gedacht! Weil du sagst ja auch... Du sagst ja auch ja auch so Sachen... Ne, und ne? Das zum Bauern eigentlich... Also... Ist doch alles gut, oder nicht? Obst... Naja, ich sag nur halt, weißt du, ich weiß deswegen... Hä? Meist wenn du mich, äh, schlecht gelaunt merkst... Mhm? Dann ist es was ganz anderes... Als das, was ich... Was du... Hörst! Ne, na, wenn du sauer bist, bist du ruhig! Und das ist dann manchmal, wo ich dann sag halt, da würde ich am liebsten einfach... Dann den großen Stiefel holen, dich rausschmeißen und dann sagen halt so... Beruhig dich jetzt! Setz dich erstmal kurz in die Ecke! Tust mal kurz durch die Hose atmen! Bist du fertig! Gut, kommst wieder rein! Weißt du? Ab in die Ecke! Mit dem Hut! Mit dem Stuhl! Ja! Ja! Moin! Pequillex! Ja, ja! Vielleicht sollte ich mir doch mal eine andere... Ich bin nur... Ich bin nur... Ich bin nur... Ich bin nur kein alter Spritzer! Ich bin alter Voll... Vollfeuchter! Alter, ich wollte schon sagen, bist du ein alter Volkswagen, oder was? Du... Alter! 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 Das erinnert mich schon wieder, Alter! So an... Oh nein! Nee! Och! Kerle! Verrückt, ey! Alter Spritzer! Ich würde an deiner Stelle mit deinem Dude mal reden, dass du dann die Möglichkeit vielleicht bekommst, auch eine günstige Brille, wenn du zockst oder so. Ich habe zum Beispiel eine Gleitsichtbrille, die hilft mir. Nein, das Spiel ist nicht kostenlos. Nein, das ist recht teuer. Warum habe ich hier gerade einen elektrischen Anfall? Aber ich weiß gerade nicht, wie viel es kostet. 30 Euro. Den baut eigentlich der Tag noch. Hä, guck mal, der ist gerade in der Luft geflogen. Hast du gerade gesehen, Hobbs? Ja, den habe ich gleich wieder abgebaut. Den habe ich gleich wieder abgebaut, weil der sah so scheiße aus. Deswegen habe ich den kleinen wieder weg. Echt, der sah echt so scheiße aus. Einen Spritzer. Oh, Spritzer. Ja, die finden es bei dir lustig. Ja, aber pass auf, dass es nicht jetzt auch geht. Oh, die setzt sich hin, der Baum war. Aber hier, habe ich den Kopf gekriegt. Nicht nur die hier, sondern hier oben. Ja, ja, ja. Oh, Spritzer. Ach, mein Holzkoff, mein Holzkoff hätte schon aus. Ja. Hallo, sollen wir schlafen? Hä, nee, wir sind noch nicht so weit. Ich wollte nur mal sagen, dass wir schon schlafen können. Ja, natürlich, natürlich. Wir haben aber noch Zeit. Ich habe hier ein Tor reingemacht, Hobbs. Wo denn? Nee, da braucht man noch keins. Nee, da braucht man keins. Nein, okay. Nein, brauchen wir nicht. Das gefällt halb sich wieder. Aber so richtig ist halt mit oller Spritzer, das ist ja schon wieder geil, oder so. Das ist so wie halt, was machen fünf, was sind fünf Männer in einem Kreis? Spritzring. Hab mir übelgegangen. Kann ich mal bitte weggehen? Jetzt ist sie hier während des Baugebietes. Gehen Sie mal bitte. Äh, Nee, das MMO-Game meint er bei mir. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin raus. Hm? Nee, aus dem Spiel bin ich raus, aus dem MMO-Game. Weil mich gerade einer gefragt hat. Ein MMO-Ger. Das meinst du jetzt, oder was? Ähm, nee. Also das heißt, Abkürzung AQ 3D als so ein MMO-Game. bzw. , insbesondere cod , Vielen Dank.